Hey Leute, herzlich willkommen zu 7 days to die. Wir sind hier in unserer Mine drin, weil gerade Nacht ist, holen uns hier noch ein bisschen Eisen. Mal sehen, ob wieder eine Bären- und Hunde-Rolle kommt. Aber das macht jetzt auch nicht die ganze Nacht. Ich werde gleich noch mal ein bisschen an die Werkbank gehen. Und mal gucken, ob ich nicht irgendwelche zumindest elektrischen Fallen oder so schon mal bauen kann. Ich habe irgendwie keine Lust mehr, nur mit Bieten zu arbeiten. Ich will endlich auch Fallen haben, deswegen werde ich das gleich mal irgendwann auschecken. Aber so ein bisschen Eisen nehme ich mir auf jeden Fall mit. Eisen braucht man immer. Die haben wir mehr mehr holen. Ich muss noch zu füdern. Döö. Dö. 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 Ich bin mal gespannt, ob diese Eisenbleimine für das ganze Let's Play reicht, denn es gibt ja unheimlich viel, das geht ja sozusagen immer weiter. Na, ich sag mal, bis 1 Uhr nachts hacken wir noch ein bisschen Eisen ab. Na, jetzt tut sich hier gleich wieder eine Riesenader auf. Mal durchschnaufen. Ja, komm hier, letzte halbe Stunde noch Blei. Blei gab's doch hier auch noch irgendwo, oder? Irgendwo kurz orientieren. Täter ist Blei. Ja. 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 Nein, blei. Ja. 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 sieht schon wieder wie Eis aus. Ne, ist aber bleib. Na komm, sind eh gerade kaputt. Dann verschnaufen wir jetzt nochmal. Sau, wieder mal einen Schluck. Hm, ne. Wir wollen ja noch zum Beispiel überhälten wir das erstmal. So, und Pieken hatte ich auch in Auftrag gegeben. Acht noch in der Mache. Ey, da hat es so lange gedauert, gebe ich doch lieber nochmal 10 in Auftrag. Nicht, dass ich mehr brauche. Allein 10 dauern schon ultralange. So, jetzt wollte ich mal einmal nach Dünger gucken. Ist Dünger hier? Na, anscheinend nicht. So, jetzt bin ich. Hm, von Dünger kann ich hier nichts sehen. Hier irgendwas mit Dünger. Hier irgendwas mit Dünger. Ah, das ist ein Buff, so zu sagen. Das ist auch nix. Boy. Soll das etwa heißen, die Geschwindigkeit, wie die Pflanzen wachsen, das ist es? Äh, mehr gibt's nicht? Oh Gott, das wäre echt scheiße. Der könnte natürlich auch irgendwo anders sein, aber gibt das mal ein, aber er wird wahrscheinlich nichts finden. Ne. 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 Ja. Was soll denn DAS sein? so ist ja cool kürbis aber hier ist auch nichts düngermäßiges dünger scheint nicht mehr zu geben und heidelbeeren für den kuchen das ist feuer aus fünf minuten los tja ich brauche auf jeden fall wieder fleisch warte mal das müssen wir mal austauschen zack so und kleber wieder in auftrag ach so stimmt ja da braucht man ja fünf maiskolben für ein zieht kartoffeln wahrscheinlich genauso und heidelbeeren auch also können wir alles wieder wegpacken da er kann ja ein bisschen dauern wieso man da was zusammenkriegt so dann muss ich mal sagen machen wir noch ein paar pflastersteine wenn ich ein bisschen was upgraden will machen wir auch nicht ganz so viele äh wie viele lehme gerda na gar keine na super irgendwie kommt es mir in den letzten folgen vor als wenn ich die ganze zeit immer nur lehmige erde besorge ganz ehrlich risiko wir gehen es hier immer raus ich labe Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 in der amal die glöckige in den nächsten wir kommen hier in Das ist das, das ist das, das ist das. ja, dann würde ich mal sagen, bauen wir erstmal weiter nein, nein nein, ich bin doch einfach zu vergesslich hab ich pieken vergessen da war das wir sind zwar noch nicht alle fertig, aber hier zweieinhalb Minuten rumhängen, hab ich auch keinen Lust ja, dann würde ich das So, wie gesagt, hier baue ich Gitter rein, aber ganz ehrlich, da mache ich doch die Gitter auch einmal rundherum. So, das können so bleiben. Hier mache ich mal eine Ecke, das wollen wir hier aufwegmachen. Das wird die Steine ersetzt. So. 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 Ich bin da erstmal in die Pieken gelaufen. Boah, also was man hier futtern muss, ist schon echt übel. So, jetzt müsste ich es aber hier so langsam haben, oder? Joa, das kann so bleiben. Ja, ich bin soweit erstmal zufrieden. Ja, ich bin soweit. Ja, ich bin soweit. Ja, ich bin soweit. Ich bin soweit. Ja, ich bin soweit. Ja, ich bin soweit. Ich bin soweit. Ja, ich bin soweit. Ja, ich bin soweit. Ja, ich bin soweit. Ja, ich bin soweit. Ja. Das ist natürlich meine Hausnummer. Äh, da wollte ich immer Gitter bräuchten. Gibt's. Gibt's sie immer noch hier? Oh ja, tatsächlich. Ja, ich bin soweit. Ja, ich bin soweit. Also hier kann man die Patronenhülsen auf jeden Fall machen. Die Geschossspitzen kann man hier machen. Aber letztendlich die Muni nicht. Die muss man dann glaube ich wiederum hier machen. Oder auch nicht. Äh, muss man die am chemietisch machen? Auch nicht. Im Menü. Also bei mir. Hier. Äh. 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 Äh, hier. Dich auch. Ne, da war ich auch. Ah, hier hatte ich auch. doch hier ist alles noch gesperrt die normale munition kann ich schon machen die Ein so ein Gitter gemacht? Dann brauchen wir nur noch Schwarzpulver, war das irgendwie jeweils immer nur einen, ne? Okay, da braucht man dann dreimal Schwarzpulver, aber wir machen uns erstmal eh nur die 9mm, also ein, also brauchen wir 250 Schwarzpulver, diese Hammer, 45, ja 48 hätten wir noch gehabt, 205 und ich glaube, das macht man am besten hier, Kohlebrocken und Nitratpulver, okay, haben mal jetzt nicht mehr ganz am Start, egal, wir machen aber, was geht, So, das ist hier alles fleißig am brutzeln, cool wäre, wenn die jetzt endlich fertig wären, 36 Sekunden noch, okay, dat können wir hier ruhig mal warten, Ach, der ist nicht mehr, wir sind nicht mehr, wir sind nicht mehr, wir sind nicht mehr, 4 dort ist sie alles am Köcheln alles am machen 4 Gott nicht blöd mehr verkleben ob zwei hätten wir noch ja wenn man Papier mit da müssen wir halt nochmal zurück rennen äh schon wieder so wenig Ausdauer es ist einfach nervig mit dem Essen das ist sehr sehr nervig ja dauert nicht lange, dass mein Fleisch wieder weg eigentlich diesmal mach ich mir mal wieder gekocht ist da hab ich einfach irgendwie mehr Bock drauf so, das hier rein so, dann müsst ihr ja dann wenn wir los wollen, das Essen naja, eine Minute und dauert es noch aber das ist jetzt auch egal, das ist das Ende der Folge ich hoffe ihr hattet ein bisschen Spaß bis zum nächsten Mal ciao oi 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 oi